In der IT-Welt kommt man, um immer wieder was Neues zu lernen. Man muss das mögen, man muss das können und genau das ist bei der Messe der Fall. Also IT ist für jede Messe sehr, sehr wichtig. Es fängt an beim Ticket-Kauf, es wird ein Barcode generiert, der Barcode wird dann an die Dreckkreuze übermittelt. An jedem Stand gibt es Internet oder mehrere Internetanschlüsse und das Gelände ist riesengroß und deswegen müssen wir wirklich sehr große und breite IT-Infrastruktur pflegen, damit die ganzen Anforderungen auch realisiert werden können. Es gibt IT-Berufe, wo man in einer Kammer sitzt und macht immer das Gleiche, administriert irgendeine kleine Einheit und das ist nie der Fall bei der Messe München gewesen. Jede Messe hat Sonderanforderungen, es gibt keine gleiche Messe. Natürlich spielt auch die nette Mannschaft sehr, sehr große Rolle, Kolleginnen und Kollegen und dann hat man auch Spaß an der Arbeit, ganz einfach.